Hast du ein Weckesocken an? Happy Friday! Hi. Ich bin aber nicht, wie sie gerne Bücher. Und heute bin ich nicht alleine. Denn da drüben sitzt, wie darf ich dich eigentlich nennen? Soll ich dich... Wie soll ich dich nennen? Charleston. Das ist Charleston. Charleston ist meine Schwester. Und Charleston hilft mir heute. Nein, das ist meine Schwester Charlotte. Oder Charlie. Oder Charleston, wie ich sie gerne nenne. Und wir machen heute... Wir spielen heute ein Spiel. Die First Sentence Challenge, oder zu deutsch, auch die erste Satz-Challenge. Das klingt aber bescheuert. Und deswegen nennt es keiner so. Ist ganz simpel. Meine Schwester sucht sich sechs bis sieben Bücher raus. Und liest mir dann den ersten Satz vor. Und ich muss raten, um welches Buch es sich handelt. Die Regeln sind ganz einfach. Wenn ich das Buch bei dem ersten Satz errate, kriege ich drei Punkte. Wenn ich den zweiten Satz brauche, kriege ich zwei Punkte. Wenn ich den dritten Satz brauche, kriege ich einen Punkt. Weil ich es an diesem Punkt immer noch nicht erraten habe. Dann liest Charleston mir den letzten Satz vor. In der Hoffnung, dass ich das Buch noch nicht gelesen habe. Und es deswegen nicht gespoilert wird. Dann kriege ich keinen Punkt mehr. Aber ich habe noch eine Chance, meine Ehre zu retten. Und es mit den Punkten ist völlig unnötig. Weil sie im Endeffekt sowieso keiner erzählt. Habe ich was vergessen? Achso. Namen wird Charleston mit XY ersetzen. Beziehungsweise nicht nur Namen, sondern auch so bekannte Städte oder irgendwas. Was das Buch von den eigenen Namen weggeben könnte. Daran darfst du bitte denken. Schön. Das war ein Nicken. Ach und Charleston hat ein Verbot von diesem Buch hier. Weil ich will nicht, dass sie mir spoilert. Da bin ich noch nicht. Und wenn sie mir das spoilert, dann gibt es richtig Stress. Guck nicht so, Chris. Wenn du das vorliegst, dann schmeiß dich dann an die Schwitte. Das würde bei mir wenig schmeißen. Ja, Charlie wird sich jetzt erstmal die Bücher zusammensuchen. Ich werde nachher meine Kamera so umdrehen, damit ich das Bücherregal hinter mir nicht mehr sehen kann. Und genauso wie ich, dass sie ja links abgehängt habe, damit ich da nicht mehr sehen kann, was sie sich raussucht. Und ich habe das blöde Gefühl, dass ich mich komplett blamieren werde. Let's get into it! Ich hör das durch, Alter. Sie hört mich nicht. Amelie, nicht schon wieder. Was? Hörst du mich noch? Okay, gut, sag mir nicht. Irgendwie sind die englischen Bücher alle cooler. Amelie. Scheiße, er hingestellt hat. I'm sorry, Jenny. Oh, das sind die schönen Bücher. Buch Nummer 1. When I wake up, the other side of the bed is cold. F***ing hell, I know this. Oh, shit. Oh, shit. Ich gehe gerade in meinem Kopf mein gesamtes Bücherregal durch. Das kann es nicht sein. F***ing hell. Ich kenne das. Das habe ich gerade erst gelesen, oder? Weißt du das? Weiß ich nicht. Oh, scheiße. Ich glaube, aber ja nicht. Nicht? Warte mal. When I wake up, the other side of the bed... Ahead Tribute von Panem. Hunger Games. Ja. Ha! Woo! Woo! Give it to me. That's this one, guys. Three points, auch wenn wir sie nicht zählen. Doch, ich schreibe auf. Du schreibst auf? Serious. Boah, wir machen das serious. Nummer 2. Nachdem wir so erfolgreich angefangen haben, das läuft besser, als ich geplant habe. Diesen Satz werde ich noch bereuen. Sein neues Leben begann im Stehen, umgeben von kalte, dunklen und staubiger Luft. Maze Runner? Ja? Aber hier ist auf Deutsch. Ja, die Ausverwählten im Labyrinth. Ja. Boah! Ich werde hier immer besser. Guys, knew it. Schau, das ist zu einfach. Ich weiß doch nichts. Ja, das weiß ich, dass du nichts meinst. Buch Nummer 3. Was? Nochmal. Oh, shoot. Das habe ich aber nicht gelesen, oder? Doch. Echt? Was? Ich habe keinen Plan. Darf ich Fragen stellen? Darf man mal so machen? Einen Satz, eine Frage. Jetzt habe ich eine Frage gestellt. Ich habe auch eine zweite Frage, aber... Okay, hör den zweiten Satz raus. What the f***? Das habe ich gelesen? Hä? Hä? Das war nicht der erste Satz? Hä? Warte. Pass auf, das wollte ich dir noch sagen. Pass auf, dass du keine Leserinnen reinmachst. Don't crack the spine hinten, wenn du das so aufschlägst. Hä? Das war nicht der erste Satz. Hä? Warte. Da ist so eine Seite mit so Buchstaben, äh, mit so ne Wörter. Mit so ne Wörter? Und danach ist eine Seite, da steht das drauf und dann eine Eins drüber. Aber bei dem anderen steht nix. Hä? Also ihr wisst ein bisschen schade, hier ist mit Wörtern nicht so familiär. Alex! Scheiße! Ja toll, da ist es I like to save things. Was? I like to save things. Oh, schade, ich habe das gelesen. Ja, deswegen. Ich sage, hä? Ach, keine Ahnung. Oh, warte. I like to save things. Oh, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. So scheiße aufgebaut. Oh, was ist denn so kacke aufgebaut? Mmmh. Oh, warte. Oh, oh. Nee, ich war gerade bei MediLab, aber das ist es nicht. Ähm. I like to save things. Oder noch den anderen Satz. Ja, aber der sagt mir gar nichts. Ja, okay, hau den zweiten Satz raus. Not important things like whales or people or the environment. Ja, das hilft mir nicht viel. Ist das Standalone? Nein. Ist es eine Reihe? Ja. Eine Reihe? Okay, Moment. Der dritte Satz ist geil. Jeder sieht vor, ich hab keinen Plan. Silly Things. Oh nein, stopp! Das hilft mir nicht weiter! Mochte ich das Buch, weißt du das? Na klar mag ich das, sonst kann ich mich daran erinnern. Ist es... Nein, das ist nicht das Richtige. Ja, gib mir einen Tipp. Ich hab deinen Film geguckt. Du hast den Film geguckt? Weißt du wie viele Filme du guckst? Ja! Hab ich den Film auch gesehen? Ja. Das wird peinlich, ich wusste es. Eine Reihe, die verfilmt wurde? Das ist doch scheiße! Okay, Moment. Es ist nicht To All The Boys, oder? Es ist To All The Boys I Love The Four? Echt jetzt? Oh, das hab ich nicht gelesen! Hast du nicht? Nein, das hab ich ja nicht gelesen! Aber ich hab den Anfang, glaub ich, ich hab angefangen zu lesen. Aber du hast den Film geguckt. Ich hab den Film geschaut. Ja! Buch Nummer 4! Das wird die erste, was ich erkenne. Nach dem absoluten Desaster. I traced the outline of my sister's drawing, the lines molded front. Five feet apart! Wuuuh! I knew that, because she talks about the drawing that is on the front cover as well, that her sister did for her, and it's really sweet, and very heartbreaking, and I love this book, so go! Read it! Cool Sprouse. Well done me! Mal gucken, ob du irgendwo Leserrillen reingemacht hast. Okay, gut. Next one! Es gibt bestimmte Orte, wo wir uns rumtreiben. Willst du mich komplett verarschen? Ich hab instill ne Ahnung, aber das ist locker falsch. Das hab ich vor Jahren gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie das anfängt. Nein, das stimmt nicht. Oder? Vor allem, weil ich dich kenne. Sag's doch einfach. Numbers? Ja? Ja? Aber das erste geht noch! Das erste war noch so, ja genau, und dann labert sie doch darum, wie die Spinne gleich am Anfang kennenlernt, oder? Das erste war ja auch noch okay, aber ich war instill die so deutsch, weil das was ein deutsches halt, und dann war ich so, ich musste sofort an den Ort und Hölle Brücke denken, weil der erste war ja noch nicht ganz so schlimm, der erste war ja noch okay, und ich kenn dich. Mir war fast klar, dass du den Numbers nimmst. So. Easy. Okay. A lot of pressure. Ein Sextape. Nein, keine Ahnung, hab ich's gelesen? Ich weiß nicht. Äh, One of us is lying? Echt jetzt? WOOOOO! Das ist ein halbes Jahr her, dass ich's gelesen hab. BITCH! Gut. Dann. Schnischte! Ich freundlich sein. Gieß mal den ersten Satz vor, bitte. Nein! Nein! Doch! Oh! There is one mirror in my house. Divergent. Ja. Oh! Wusste ich. Warum wissen wir das? Because of... Wie heißen sie nochmal? Abnegation! Is it abnegation? Ich meine, es ist abnegation. Anyway. You all know this. There is only one mirror. There is only one girl in the book universe who has just one mirror in their house. If they have a house. Some bookish girls haven't got, even haven't got a house. Which is very sad. Next one! I've decided to lock myself away. I've decided to lock myself away. I've decided to lock myself away. Schuss ins Blaue. Good is gone. Now she's back. It is the only way I can keep myself safe. Safe. She's back. She's back. Oh! Doch! Moment! Is this a hardcover? Yeah. Okay, okay. Hardcover. That's a hardcover. That's a hardcover. I have to go over there. 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 Catwoman. It was clear that that isn't it. What's up there? Girls of Paper and Fire. But that's not it. Uhm... Now that she's back. Backstreet's back. Alright! Shit! I know all the hardcover that are still in the room. What's missing? No! Next sentence. I'll tell them I am well or something. I'll tell them I am ill or something. I started to read it. What the heck? Then it's between Skyboard and... Is it the first? In the middle of the middle of the way down? Where is it then? I don't know. It's lying. It's like... You see? I knew it. F***ing hell! It's Thornhill! Yeah! That's why I chose it? No! Why Thornhill is the house of Cheryl Blossom everybody's eyes. And I wanted to say something else to say. The first sentence is on the page 30. That's not the first sentence. The first sentence is on the page 1! Did you read it? Yes, I read it. I was pretty excited. I know that the opinions to this book are quite spalled. But I found it extremely nice. Ouch! I know, I don't get a point. Meh! 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 Next one! Two books. Yeah! I don't know if you read it or not. I don't know if you read it or not. I don't believe it! Why is this all so complicated? Yeah, Charlie and the letters are like... Yeah, this is not the first sentence. No. Okay. I've been locked up for 265 days. Shedemy. Yeah! Yeah! I just read it. I knew it. Okay, I've read it. I've read it. I've seen a beautiful face. I've seen it. I've seen it. Because of the beautiful eyes! You told me that you don't find the cover. I went to you and said, look at the cover. You're amazing. You're amazing. I said, the eyes are beautiful. You're such a liar! You're such a liar! You're such a liar! But I know that because I started it about three times in the book. It was always like... It's not the next year because it's a series and you have to read other books. And that's why you notice something. Slay bitch. That's three points. You have to write it already. You have to write it already. Last but not least. You can't say it. That's the worst. It was early morning. It was early morning. It was early morning. I don't have to write it anymore. I don't have to write it anymore. What a hell! It was early morning! Euphorie! But it's German. I have not so many German books. Have you read it? I don't know. I don't know. I don't know. It's early morning. I haven't read it. But wait! No, it's not. Next sentence. The streets were empty. If it's early morning, I normally go from there, that the streets are empty. Okay, last sentence. It's the last sentence. Let's see. Well, I didn't say it. Let's see. Let's see. You little bastard. You little bastard. You little bastard! L�f, runny, you old bastard! You little bastard! You old bastard! That's the only book! Have you seen it? Das ist das einzige Buch, was sie gelesen hat, was sie in ihrem ganzen Leben alleine komplett gelesen hat. Du hast es nicht gelesen? Doch, aber es ist nicht das einzige Buch. Doch, es ist das einzige Buch. Johnny Moe Stilton zählt nicht. Doch! Nein, das ist das einzige Buch, was sie gelesen hat. Und sie weiß, das steht bei mir und sie weiß genau, dass ich das nicht gelesen... Du bist so ein Scheißer. Nicht schmeißen. Alles klar, ich würde sagen, das war... Naja, mehr oder weniger, weniger. Ich habe die Punkte gezählt, Charlie. Wie viele Punkte sind denn? Neunzehn. Neunzehn? Neunzehn von dreißig ist traurig. Neunzehn von dreißig. Naja... It's not too bad, aber ich... Das Ding ist auch, ich habe keinen Vergleich, weil niemand die irgendwie zählt, oder? Also, ob ich so das Gefühl... I don't know. Es ist komisch, über dich zu reden, wenn du das jetzt... Vielen Dank an Charlie, dass sie geholfen hat. Ja, das war die First Sentence Challenge. Für mehr kurze Reaktion und diese Abliste könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Link in der Infobox. Für hoffentlich regelmäßige Videos hier in der Master könnt ihr gerne abonnieren. Hier kommt ihr noch zu meinem letzten Video. Never stop reading! Tschüss! Okay, wieder kommen wir noch. Acht Minuten. Ich würde sagen... Perfection! ... ...